Hallo, hallo und Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe mich für euch in das World Wide Web gesetzt und habe folgenden Online-Store gefunden und meine Liebe gefunden. Und zwar ist es Shine, man kennt es, es ist China-Ware, aber geile China-Ware, wie ihr in diesem heutigen Shine-Hall sehen könnt. Es ist nicht gesponsert, es ist keine Werbung, es ist einfach nur mein Fazit zu den Shine-Sachen. Unter anderem auch die Brille und das ganze Outfit, das ich heute anhab, aber mehr seht ihr gleich, kleine Zwischenscheiße von den Cuts. Ähm, ja, ich weiß, manche Leute sprechen es Shine aus, manche Leute sprechen es Shine aus, ich spreche es einmal so, einmal so aus. Ja, so sieht der Rucksack aus, also so getragen sieht er dann so aus. Ich würde heute sagen, klein aber fein, es passt sehr wenig rein, das hat sich wieder gefreut, so. Ähm, ja, sieht nice aus. Ähm, das ist eines der Oberteile, also das eine Oberteil mit Joggenanzug, das ich bestellt habe. Ich finde das Design mega süß, in diesem japanischen Wellen-Style, also da, ihr müsst ihr denken, ist mein Rucksack. Ähm, ja, ich finde es nett, es hat was an sich. Ähm, ja, die Hose ist auch neu, das ist jetzt nicht die vom T-Shirt, aber eine süße Hose, ich finde die echt cute. Ähm, hat einen geilen Stoff, ähm, hat Innenfutter, ähm, ist mega bequem, also sitzt auch top. Ja, ist es auch gut zu sehen, so, ja, zu dem Hoodie, das ist ein eher dünnerer Stoff, also es ist jetzt kein dicker Hoodie, so, äh, ist er dünn, so, zum Nebenbeitragen. Ja, dann habe ich mir auch noch diese Brille hier bestellt, also, ich hatte die ja schon einmal, aber, habe die verloren und jetzt habe ich sie mir nachgekauft. Damals nicht Überschein, heute Überschein, so, oder Ski-In, wie auch immer ihr es jetzt aussprechen wollt. Ähm, ich lieb's, ich lieb die Brille generell, das ist ein must-have in meinem Kleiderschrank. Ähm, ja, so sieht sie dann auch nochmal getragen aus, mit dem Outfit, so, ähm, ich finde es mega. Ja, und, was auch die Hose geil hat, ist, ähm, diese Schnüre, die machen es einfach besonders, die machen das so, so, ähm, Japanese-Street-Style, geil, genau. Ja, so sieht der fertige Jogging-Anzug aus, also mit Jogging-Hose und Oberteil, also, ähm, ja, ist halt, wie gesagt, eher dünn, also für wärmerere Frühlingstage oder kältere Sommertage geeignet, jetzt nicht für den Winter, den wir gerade eben haben. Dann habe ich mir auch noch diese geile Brille, wirklich geile Brille bestellt, ich lieb sie, ähm, sie hat, die ist halt wirklich auch, ne, da kannst du in dir ins Licht schauen, so viel du willst, das ist geil, ähm, und sie passt jetzt super zum Outfit, und ich lieb's, kleine Zwischenscheiße von den Katz, ähm, ja, ich weiß, manche Leute sprechen es Schein aus, manche Leute sprechen es She-In aus, ich spreche es einmal so, einmal so aus. Ja, und damit würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch das Video gefallen, wenn ja, lässt ein Like da, ein Abo da, und schreibt in die Kommis.